INSAT TV Land und Leute sind unsere Stars. Wir befinden uns hier bei der Ferdinand-Marschall-Ausstellung, die ja dieses Wochenende in Waldzell in den Räumen der Firma Baummeier stattfindet. Der Ferdinand-Marschall war ja der bekannteste Schiedsrichter Österreichs, war bei der UEFA und hat über 900 Spiele geleitet. Die Schiedsrichterlegende Ferdinand-Marschall war zu Lebzeiten in Waldzell daheim. Nun hat sich die Familie entschlossen, tausende Souvenirs für einen guten Zweck zu verkaufen. Andenken, die der FIFA-Schiedsrichter von seinen weltweiten Matches mit ins Innviertel gebracht hatte. In den Räumen von Baummeier in Waldzell konnten die schönen Stücke erworben werden. Der Rhein-Erlös kommt der Fußball-Nachwuchsförderung zugute.